Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Minibaro 2 mit Niem und Aegis, hallo! Hallo! Ja, wir schauen mal auf den Server. 3, 2, 1, und go! Okay. Dann geht's los, anmelden. Ja, und hier sind wir. Keiner drauf. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, und es sollte auch keiner hier gewesen sein, hoffentlich, und noch irgendwie Gold rausgenommen haben oder so. Das wäre nämlich nicht schön. Ja, da können wir jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Wir wollten ja diese Folge mal raus, oder? Was hat man gesagt? Oh, Creeper, du Scheiße. Oh. Oh-oh. So, jetzt kann ich an die Öfen. Das ist auch kein Problem, glaube ich. Ja. Ja. Oh. Du hast ja nicht zurückgefunden, ne? Ja. Oh, hier hab ich so. Vielleicht kann ich da noch helfen. Echt. Das war knapp, ey. Scheiße. Wenn der Creeper echt zurückgeht in der Schutzzeit, dann wäre ich glaube ich tot gewesen. In der Schutzzeit, ne? Hm. Ah ja, du bist ja später als ich drauf. Okay. Das kann sein. Äh. Äh. Ich weiß ja irgendwann nicht, wo's hochgeht. Hm. Bist du jetzt in der Schlucht schon? Ich bin in der Schlucht, ja. Äh. Bei dem Woome. Ja, da könnte ich's ja zeigen kurz. Ach. Ich komm mal eben runter. Okay. Ich hab jetzt übrigens nochmal 5 goldene Äpfel gerade im Inventar. Echt? Na? Kann ich dir noch ein paar geben. Ich glaube, wenn ich dir jetzt 2 gebe, oder 3, dann haben wir genau gleich viele. Oder? Nee. Ich hab einen einzigen. Achso, na dann brauch ich dir nur 2 geben. Naja, und nach und nach craften wir uns dann noch ein paar mehr. Oh, ich hab' ich den Namen. Ah. Ich hab' den Weg gefunden. So. Aha. Ja, genau. Ich hab' dich nämlich schon gesehen hier. Ich dachte, wie ich dachte, wir wären schon nach oben gekommen und runter gesprungen. Oh. Lol. Lol, du bist halt irgendwie in der Wand drin, ne? Lol. Ich? Du bist halt irgendwie bei mir in der Wand drin. Lol. Echt? Was aussieht. Muss ich mir mal angucken, dann in der Folge. Alles klar. Äh, wie viele Dias hast du jetzt? Ich hab' 2. Okay, hast du Obsidian auch noch 2 Stück, ne? Ich hab' 4 Stück, äh, Obsidian. Okay, dann kommen wir jetzt wieder runter. Mhm. Mhm. Aber da würd' ich erst alle Öfen und so hier mitnehmen, ne? Dann machen wir wieder eine neue Base. Mhm. Weil, in der Folge, die heute kommt, da sehen sie ja dann schon die Base. Da wär's ja doof. Wenn sie die finden. Okay. Wir sind scheiße erstmal raus. Anforder brauchen wir nicht, ne? Ne, nicht unbedingt. Aber vielleicht für ne TNT-Falle? Ja. Wenn wir dazu kommen, noch irgendwas mit Redstone zu machen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir die Kiste wieder abreißen? Können wir dann auch wieder neue setzen? Gehen schon mal. Ich hoff's mal. Hm. So, ich baue ja schon mal was ab. Hm. Machst du noch mal ein bisschen essen? Ja. Ich hab' ganz viel, äh, gebratenes Steak. Sehr gut. Und auch, hier noch 2 Goldäpfel. Jetzt 3. So. Wir müssen auch nochmal mitnehmen, ne? Na. Und, ja, die Kisten nehmen wir auch mal mit. Oh, 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 oh. Haben wir genug Platz. Was brauchen wir irgendwie nicht? Ja, hier, die ganzen Cobblestones brauchen wir auf keinen Fall. Brauchen wir Pumpkin Seeds? Ähm, ich glaube auch nicht Oak Sapling Oak Naja, ich glaube auch nicht, oder? Wenn wir jetzt wieder rausgehen, da können wir zur Not noch mehr zusammenformen Lapis brauchen wir auch noch einen Stack, Redstone brauchen wir eigentlich auch nicht Sattel brauchen wir auch nicht, ne? Sattel Äh, Sattel doch vielleicht fürs Pferd, hatte ich gedacht Ähm, ja, Namensschild brauchen wir aber nicht, ne? Nö, obwohl, behalt mal das Namensschild Ja Keine Idee Okay Alles, äh, schreibe ich dir mal privat Alles klar Äh, Wolle Äh, soll ich Redstone vielleicht doch mal behalten? Oh, hier Eisenschwert kann raus Äh, brauchen wir Wolle Äh, Wolle Na, für Betten nur Aber sonst nicht Ich würde mir vielleicht schon mal zwei Betten machen Und dann einfach den Rest weg Spalbe halt sechs Wolle Okay Jetzt kommt weg Redstone Wie viele Redstone hast du? Redstone 63 Okay, ich weiß nicht Soll ich mal einen 64er Stack wegwerfen? Ja, mach, also mehr als einen Stack brauchen wir auf keinen Fall Okay Ja, ich reihe ich auch raus Ich hab einfach sechs Workbenches Und hier, stimmt, das Zuckerrohr kann man auch noch mitnehmen Ich hab noch 28 Zuckerrohr, du hast Öfen, oder? Ich, ich hab Öfen, ja Dann geb ich dir mein Zuckerrohr So Okay, gut Den letzten Den letzten baue ich gleich noch ab Gut Hast du noch einen Apfel? Ähm, einen normalen Apfel, ich hab fünf App Fünf Appel? Ja Okay, nice Okay, nice Und hier eventuell Ähm, Kaffee, gib nochmal einen, äh, Backbunch her Okay Auf jeden Fall noch mal ein paar So Das war doch jetzt langsam ein Tag, das ist gut Hast du Gold eingesammelt von mir? Ähm, von dir? Nee Hast du mir welchen? Ich hab zehn Gold in dem wir in den Tag gehabt Ich hab nur noch fünf Hm Das ist irgendwie komisch Okay Keine Ahnung, wo das hin ist Ich mach wieder hoch So, wo gehen wir jetzt hin? Warte, wo bist du? Hier, auf der anderen Seite vom Fluss Oh, Skelett Hab ich abgeschossen Da So Wir müssen Kühl suchen, ne? Wo hab ich einen Pfeiler? Ach hier, elf Stück Ähm, ja, Kühe brauchen wir unbedingt Bis Tag Es wird jetzt Tag, ne? Okay, gut Wir müssen jetzt einfach mal Kühe suchen Genau Ich hoffe mal, hier sind welche In Taika-Biom gibt es immer oft Tiere Obwohl da sehe ich Worte, aber ich hab eine, ich hab eine Kuh Oh, nice Wir brauchen ein Buch, ne? Ja Ein Leder reicht Ich hoffe mal, dass diese Kuh ist, das droppt Komm mal her Und es hat Leder gedroppt Nice Wir haben einen Zauber-Tisch Sehr gut Zuckoro haben wir auch genug Okay, dann passt das Ja, wo bist du jetzt hingelaufen? Ähm, ich bin jetzt hier Oh Bin ziemlich weit weg Oh, jetzt ist er in Birkenwelt ein bisschen reingelaufen Oh, hier sind viele Kühe Oh, wir sind getrennt Oh, oh Ach du Scheiße Lass mal wieder zur alten Base zurückgehen Die wissen ja noch nicht, wo wir sind Die Folge kommt erst um 10 Ich weiß nicht, ich glaub, die waren ja näher, ne? Oh, ey, die wollen uns echt haben, gell? Bist du in diesen, äh, normalen Wald gerannt? Ich bin gerade im Birkenwald Ich weiß eigentlich gerade nicht, wo du bist Ich bin jetzt fast wieder an unserer alten Base Achso, oh Also wo wir gerade waren Ich hoffe mal an den Fluss, an den Fluss laufen Ja Also hier vom Birkenhalt zum Sumpf Auf so einem Baum mit so einem Hasen Oh, aber ich hoffe mal, dass die uns jetzt nicht sehen Die müssten da jetzt da hinten noch im Sumpf irgendwo sein Was denn? Wo seid ihr so? Ich fühl's an, mit dem Zuckerrohr Wollen wir dich irgendwie verwirren? Und irgendwie schreiben Dschungel oder sowas? Hm Ah, die glauben das dann wahrscheinlich eh nicht Oh, warte, ich seh dich Ha Ja Sehr gut Ich komm mal zu dir Bleib einfach da stehen Okay Ah, da bist du Wie lange habt ihr noch Aufnahmezeit? Hm, sechs Minuten müssen wir noch schaffen Äh, gib mal dein, äh, Obsidian her Ja Ja Warte, ich werfe sie von hier oben runter Da liegt's Oh, ich dachte gerade, der Hase ist ein Spieler, ey Ich töte den mal Ach, Mann Ach, alles gut So Dias brauchst du ja nicht mehr, ne? Die hat Hat einen Zaubertisch Okay, sehr gut Äh, soll ich mal ein Dias-Schwert verzaubern? Oder unsere Dias-Schwerte? Ja, auf jeden Fall Ich verzauber meins gerade schon Ich hab ja auch Lapis Oh, nee Das machen wir du erstmal Ich kann nur mit zwei Lapis verzaubern Ich geh dir einfach mal mit ein bisschen Lapis, ja Na gut, ich hab Schärfe 1 Ja, ich hab genug Lapis Aber ich konnte gerade das dritte gar nicht auswählen, komischerweise Was hast du jetzt bekommen? Ich hab Schärfe 1 Spiel nochmal, das Ding ist ja Ich kann ja nochmal meine Rüstung machen Ich hab irgendwie nur gerade so einen Kaffee Schusssicher Ich meine, soll ich mit solch riskieren und Smite 2 machen? Ähm, Smite würde ich nicht machen, weil das bringt ja gegen den Spieler nix Nockback 1 Ich hab jetzt mal meine komplette Rüstung verzaubert Hab ich einmal Schusssicher 1, Explosionsschutz Okay Das ging jetzt mal weg Ähm, ja stimmt, in der Version geht das ja noch In der 1.9 geht das ja dann nicht mehr Hä, war das nicht das letzte Folge? Mit zu den Waffen Alles klar Okay, Schatten ist 1 auf Diaspert No, schön Ich hab jetzt 8,25 Attack Damage Dann soll ich mal schreiben, wie viel Aufnahmezeit wir noch haben Ich weiß nicht Ich mag nichts sagen Oh, das ist nie gut Soll ich weiter in die Tiger laufen? Dass sie da hinten sind Ja, auf jeden Fall weg von dieser, also, ne, wo die sein könnten Okay Okay Was ist schon hintereinander? Ja Wir laufen einfach mal in diesen komischen einen Wald da rein Hm Oh, das ist echt auf uns abgesehen Oh, gelett Oder? War da ein Spieler? Was? Boah, ich weiß gar nicht Gerade von rechts oder so kam irgendein Pfeil Das gelettet bestimmt Aber ich kann mich auch, äh, geort haben Ja Wir laufen einfach weiter Was ist eigentlich so, dann der Rüstung verzaubert? Hm, komplett Einfach über den Fluss hier und dann Ah, noch ein paar Kühe Wollen wir die mitnehmen? Ja, komm, lass mitnehmen noch Naja Nicht Was? Ich nehme sie mal mit, so Du musst eigentlich selber schlagen Das weiß ich nicht, das wollte ich mal austesten Wo bist denn du jetzt? Ach, da oben schon wieder Das hat gerade bei mir Testen wir mal aus, ob Friendly Fire an ist Oh Okay Warte, ich schlag dich mal kurz Ne, geht nicht Okay, gut Okay Ich mache eigentlich mal einen mitten in mir Oh Wir müssen mal was machen, so eine kleine Idee Ich habe eine kleine Idee Ja Wenn wir einfach mal am Ende jeder Folge irgendwie so So einen Nutzer oder das Item einfach rausschmeißen Und wenn wir dann in der nächsten Formel joinen Und das Item immer noch da liegt, dann sind die Chunks nicht geladen Ja Wir sind noch in unserer Nähe Ja Stimmt Ja, eine gute Idee eigentlich Okay, dann machen wir das mal Zwei Minuten noch Wie suchst du mich noch? Ja, ähm Ich bin gerade über dir Auf dem Berg Ach, okay Aber über dem Berg oder so? So, hier oder raus? Ja, wir gehen da hinten lang Wird ich sagen So, wir haben noch anderthalb Minuten Oh, Leute, das sieht ja komisch aus Stellt euch dem Kampf Lieber nicht Obwohl, wir haben jetzt DIA-Schwerte Wir haben eigentlich schon ziemlich gut Aufgerüstet Bisschen Farben noch Ja Muss schon drin sein So Ein paar Schafe hier farben Und dann Können wir versuchen, die Folge zu Ende Nehmen wir mal ein paar Hühner mit Hm Traurig, weil ich kann nichts einsammeln Ich merke es nicht raus Hä? Als ob? Hä, Leute Was soll ich mit euch besprechen? Bestimmt nicht Die beiden nutzen wir irgendwo hinlocken Ja, wo bist du hin? Ich bin jetzt hier immer noch auf dem Berg Und töte gerade ein paar Schafe Ach, da bist du Ja 40 Sekunden noch Zombie Damit geht ihr auf uns abgesehen Das geht Recht Ja So Ich sehe gerade irgendwie so vor, die Siehst du die ganze Zeit vor dem Server da Und aktualisieren kurze Zeit, bis sie auf den Servers und den Joints macht Hä? Wie bitte? Das hat gerade wieder geleckt Die sitzen gerade irgendwie die ganze Zeit vor dem PC Und aktualisieren die ganze Zeit die Server an und eine Liste und warten, bis sie eigentlich gejoint sind und dann gejoint sind und dann gejoint sind Ich hoffe, ihr geht's vorbei, lasst ein Abo da und tschüss Tschüss Das ist ein Abo da und tschüss Und dann geht's Das ist ein Abo da und tschüss Das ist ein Abo da und tschüss Das ist ein Abo da und tschüss